hi ho und willkommen zurück meine lieben strategie spiel und königsmacher freunde majesty gold hd so mods aktivieren wir gehen wieder in die map rein ja ich habe mich das letzte mal bei anwerfen versucht was nicht wirklich geklappt hat weil ich total überfordert war das kaum viel zu viel viel zeug beschwört und ich aufpassen musste ja nächstes mal weiß ich es besser wo sie mit meinem geld ein bisschen aufpassen und allem aber jetzt wieder legendary heroes probieren majesty so start quest ich weiß nicht ob ich mir die blacksmith nicht einfach verkneifen kann i serve with pleasure das fängt ja schon mal gut an würde dir bitte die goblins töten danke ernsthaft da ist genau so krypter und fervos haben ja irgendwie nicht funktioniert deswegen versuchen wir es mit doris mal wieder so mehr marktplätze mehr anderes zeug so your majesty a new building is complete sovran a building has been upgraded sovran a new market place now serves you better ja du könntest wirklich exploren gehen und sachen töten genau genau auch immer ständig so viel goblins auftauchen müssen und es ist mir bekannt dass meine treasury fast leer ist sie tragen weiter aber wieder in einem ist klar Woher Geld kann ich noch nicht bauen, weil ich noch nicht genug Geld habe? Ich finde es schön wie... Sovereign, ein Gebäude wurde aufgewertet! In der Namen der Sovereign! Oh mein Gott! So... Bis jetzt noch kein übelster Goblin-Überfall. Zum Glück geht der Kunden! Hört auf die Waggans zu visiten, sonst reiße ich sie noch ein! Tax-Collector! Oh, da hat sie mal einen Ancient Bower entdeckt! Wait! Tax-Collector! Hold your mask! Sovereign! 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 Your marketplace now serves you better! Sovereign! 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 Also... Sovereign! 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 Habe ich mal schon mal einen Paladin? Also es geht demnächst die Scheiße mit den Trollen wieder los, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Oh je, da kommt doch kommt der Angriff. Ich habe mich gebrauchen. Ich habe mich gebrauchen. Ich habe mich gebrauchen. Dein Gold, Deine Majestät! Der hatte zum Glück nur 25. Ja, da geht die Troll-Evasion los. Und wir haben Drachen. Und sowieso alles Mögliche. Ernsthaft. Schlechter hätte das Timing nicht laufen können, oder? Das war mein Marktplatz, mein zweiter. Ich start gleich nochmal neu. Es ist echt nervig, das. Ich meine, die Mission ist schon schwierig genug. Sehr gut, jetzt die Schmiede, damit wir den Marktplatz abwenden können. Und gleich den zweiten Marktplatz bauen können. Ich glaube, jetzt am Anfang ist es besser, wenn ich mich erstmal ein bisschen mehr schütze. Ja. Ja. Na, so hätten sie manchmal... Ja, genau. Genau. Gleich schon noch die erste Böwe drauf losgehen. Die Schmiede, ein neues Gebäude ist complete. Die Schmiede, deine Schmiede. Die Schmiede, ein neues Gebäude ist complete. Die Schmiede, deine Schmiede. Tempel auf Doris. I serve with pleasure. Noch ein Guard House. Your Highness, we've improved the guardhouse. Leave my gold alone. Hmm. Da war ich etwas vorschrillen. Tja, die kann ich gerade auch nicht retten. Sovereign, your marketplace now serves you better. Sovereign, a building has been upgraded. Das ist übrigens auch toll, dass die sich nie zurückziehen wollen, bis sie nicht ihre Highpods aufgebraucht haben. Wenn sie nicht pechert, wie der versteinert wird. Genau, da kommt sowas dabei raus. Da ich jetzt gerade keine Helden habe, muss ich umschwenken und neue Helden ausbilden. Tax collector.